Und ein Moinzen zu den Stichpunkten rund um das Spiel beim VfL Bochum und auch natürlich die Pokalauslosung. Bochum 2 zu 3, VfB. Der überlebenswichtige Sieg im Abstiegskampf ist gelungen beim VfL Bochum am Sonntag. 2 zu 3 Sieg, der Ablauf 0-1, 1-1, Doppelschlag 1-2, 1-3 und 2 zu 3 kurz vor Schluss. Ein wildes Spiel, auch für neutralen Zuschauer bestimmt ein gutes Spiel. Verdienter Aussichtssicher am Ende, weil wir waren, man glaubt es ja kaum, gerade die Parallele damals zum Schalke-Spiel zum Beispiel. Wir waren wach, wir waren kämpferisch da und wir wollten es einfach in Bochum. Geile Reaktion nach dem 1-1 gezeigt, normalerweise ja Angst oder auch oft gesehen, dass man da in Schwanken kommt dadurch. Und zwar ist egal, Doppelschlag 1-3 geführt, geiles Tor von Ito, gutes Spiel generell gemacht. Einfach eine geile Flagge von Borna Sosa im Austerist, wunderschön, Gerasi ist einfach da, wo er stehen muss. Mio starkes Spiel, bringt die Vorlage, wagt nun mal ein erstes Tor für uns, auch erstes Bundesliga-Tor für ihn, auch Glückwunsch daraus. Einfach geil, sausau wichtig. Der erste Aussieg seit Dezember 2021, diese Flossen können wir auch endlich, endlich sein lassen, dann endlich. Der Fluch ist vorbei, seit 485 Tagen der erste Aussieg in der Bundesliga. Unfassbar wichtig und eben auch unfassbar wichtig vor den nächsten direkten Duellen, weil zwei von drei Gegenkonkurrenten unten sind ja auch noch auswärts. Halbfinal-Heimspiel. Thomas Hitzesberger, der VfBler, hat uns das Heimspiel zugelost, quasi in den letzten 3-4 Minuten während dem Spiel noch. Entweder am 2. oder 3. Mai wird noch genau terminiert, geht es zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Freiburg-Leipzig das zweite Spiel, neue Auflage vom Pokalfinale aus letzter Saison. Hoffentlich die Revanche aus Freiburg aus unserer Sicht, weil wir müssen verhindern, dass Leipzig den Pokal verteidigt, also ganz klar. Wenn man die ersten Spiele anschaut, gegen Leipzig, vor allem auch gegen Freiburg, die verdienen wir ja ständig oder gewinnen wir zumindest gefühlt auch nie. Also das ist für uns logischerweise auch Heimspiel sowieso ein absoluter Traum. Aber dazu auch Frankfurt wahrscheinlich mit der machbarste Gegnerstand jetzt und eben auch mal so ein bisschen auf die Bilanz schaut gegen die Teams, die wir dann auch so restlich haben im Pokal. Aber mal sehen, wie es im Mai dann aussieht und Frankfurt natürlich auch eine absolute Pokalmannschaft, also auch nichts Einfaches. Ist ja klar, die sind alle drei nominell besser, tabellarisch besser als wir. Dazu natürlich der Traum mit dem Heimspiel und eben dadurch auch daraus durchaus, ja begründet auch, dass man träumen darf. Man darf träumen vom Pokalfinale. Im besten Fall natürlich dann im Pokalfinale gegen Freiburg würde es dann ergeben, wäre auch eine geile Konstellation. Baden gegen Württemberg wäre schon sehr, sehr geil. Der Verkauf fürs Halbfinale erstmal, da stehen wir ja erst, soll es in der Woche vom 17. bis 23. April dann geben und brutal wichtig, auch für mich brutal wichtig und für jeden wichtig, der eine Dauerkarte hat. Gegen Bielefeld gab es das damals nicht, da wurde das Stadion ja eh nicht voll. Wahrscheinlich dachten sie sich dann, ey komm, egal, wird eh nicht voll. Diesmal gehen wir fest davon aus, können wir davon ausgehen, dass es voll wird. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, was schon mal fest steht, die Dauerkarteninhaber werden ein Vorkaufsrecht auf ihre Dauerkarteplätze haben. Bedeutet, wenn du eine Dauerkarte hast, dann gibt es keine Ahnung, vielleicht zwei Tage Zeit oder sowas, wo du dir deine beiden Dauerkarten oder deine eine Dauerkarte, wie auch immer, deine Dauerkarte eben kaufen kannst für das Pokalspiel. Und danach gehen erst die ganzen anderen Karten in den Verkauf, sehr, sehr wichtig. Das heißt, die Dauerkarteninhaber, wenn sie sie denn kaufen, ich werde es tun natürlich, haben ihren Stammplatz außer Bundesliga, auch im Pokal, auch im Halbfinale sicher. Dazu natürlich gibt es den Mitgliederverkauf, ich gehe mal davon aus, dass da wieder maximal zwei Karten pro Mitgliedsaccount hast. Und vom freien Verkauf können wir, glaube ich, nicht ausgehen, da wird der Ansturm viel zu groß sein. Höne ist Hoffnung und so schnell kann es gehen. Heute Abend, erst Montagabend, erst quasi jetzt eine volle Woche da bei uns. Zwei Siege geholt, Halbfinale in Nürnberg und der unfassbar wichtige Sieg in Bochum. Natürlich das Weiterkommens-Pokal-Halbfinale bringt natürlich auch erstmal Kohle, ist ja auch ganz klar auch wichtig gewesen für uns. Und ja, es ist die Hoffnung zurück. Die Hoffnung ist zurück mit Sebastian Höne, das muss man ja so sagen. Es sind kleine Stellschrauben, die er gewählt hat. Anton mit der Innenverteidigung macht da gute Spiele dann. Eine Dreierkette mit Wingback, so offensichtliche Sachen eben, die man eben dann doch Labbadia ankreiden muss, die eine Veränderung sind zwischen Labbadia und Höne. Was man Labbadia nicht ankreiden kann, weil er war halt verletzt in den letzten sieben von den elf Spielen, glaube ich, von Labbadia. Seru Gerasi. Seru Gerasi ist zurück, die Lebensversicherung vorne drin ist zurück. Es ist einfach ein massiver, massiver Qualitätsunterschied, wenn der vorne mitwirkt. Und wenn er es eben nicht tut, bald hoffentlich auch über vollen 19 Minuten, wäre auch sehr schön. Jetzt die erste richtige Woche, richtige normale Woche quasi, die Spieltagswoche für Höne und den VfB vor dem Bochum-Spiel. Vor dem Dortmund-Spiel natürlich, der nächste aus dem Port und neue Hoffnung ist da. Das Zusammenspiel, natürlich gemeint zwischen den Spielern auf dem Platz und den Fans auf den Rängen, das ist wieder zurück. Also ich würde nicht meinen, dass es jemals weg war. Wir haben immer einen grundsätzlich starken Support, auch in den letzten Jahren generell. Seitdem ich VfB-Fan bin, immer eigentlich mehr Support da, als es in vielen Phasen, die die Spieler auch verdient haben. Also versteht mich nicht falsch. Es gab dann Pfiffe in den letzten Spielen, die ja bei Union sich was anhören lassen, auch die Vereinsführung sich was anhören lassen, nach Wolfsburg was anhören lassen. Alles auch völlig zu Recht, aber wie gesagt, Support war nie komplett weg. Aber jetzt ist er eben wieder komplett da. Ich glaube, ich verstehe, was ich meine. Der Schulterschluss in Nürnberg und nun eben der Sieg im 1893. Spiel in der Vereinshistorie in der Bundesliga vom VfB in Bochum. Geile Choreo wieder vorm Spiel gewesen, geile Schalaktion eben zum Jubiläumsspiel. Alles geil. Die Spieler haben vor dem Spiel ihre Aufwärmschirts, auch den Fans gegeben im Ausfahrtschlag, auch ein schönes Zeichen gewesen. Generell Stimmung habe ich auch im Stream-Taus mal gesagt. Brutale Ausfahrtsstimmung wieder in Bochum gewesen auch. Und dieses Zusammenspiel war auch mal eben. Das brauchen wir. Dieses Zusammenspiel im Abstiegskampf, im Zusammenhalt brauchen wir und macht auch wieder sehr, sehr Bock, auch wenn erst Montag ist, auf dieses Heimspiel mit Dortmund kommen ja auch geile Fans gegen Dortmund am Samstag. Fahrstuhl nach oben, natürlich gemeint im tabellarischen Sinne, in der tabellarischen Sicht. Und diesmal geht man wieder nach oben, der Fahrstuhl. Nach längerer Zeit. Generell muss man ja sagen, wir kommen gerade schon, also entweder wir kommen da gerade an oder wir sind schon, je nachdem, wie man es bewerten will, das Thema Fahrstuhlmannschaft ist nicht wegzudenken gerade, weil zwei Abstiege eben, 15, 16, 18, 19, jetzt immer noch nicht vom Tisch, droht wieder. Deswegen kann man schon sagen, dass wir in die Richtung Fahrstuhlmannschaft gehen. Aber tabellarisch, aktuell sind wir vor, es geglettert. Hoch, rote Laterne abgegeben, Platz 18 abgegeben an Schalke. Nun auf Relegationsplatz 16. Kurzer Blick, Schalke eben ganz unten, 21 Punkte. Die Hertha 22, wieder 23 Punkte. Das ist auch alles noch dermaßen knapp beieinander. Bochum drei Punkte weg, 26. Dann Hoffenheim mit 28. Auf einem guten Weg mittlerweile, muss man leider sagen, mit drei Siegen in Folge. Aber, wie gesagt, auch hier Betonung auf zwischenzeitlich. Es ändert sich jeden Spieltag. Jetzt hast du kurzer Ausblick auf den nächsten Spieltag. Schalke, Hertha am Freitagabend. Absoluter Abstiegskampf, Kracher. Auch das Endspiel von Schalke eigentlich. Wir, schwere Spiel gegen Dortmund zu Hause. Hoffenheim muss nach München auch schwer. Union spielt zu Hause gegen Bochum. Also Bochum auch schwer. Von dem her, wäre auch hier wieder, ist auch wieder typisch VfB-Fan. Letzte Woche kriegst du eigentlich nur aufs Maul. Auf 18 hängst du auf einmal, jetzt kommen mal zwei Siege und hast wieder ein bisschen Hoffnung. Aber so ist es halt einfach als Fan. Es sind auf jeden Fall, wenn man die ganzen anderen Spiele anguckt nebenher, Hoffenheim schwerer Gegner, Bochum schwerer Gegner, Schalke, Hertha nehmen sich gegenseitig Punkte weg. Es sind auf jeden Fall Big Points. Oder zumindest wenigstens auch vielleicht nur ein Big Point drin gegen Dortmund. Wir wissen, dass jeder Punkt zählt. Wichtig ist am Wochenende, auch sehr wichtig war eben dieser Sieg in Bochum. Weil sonst hätten wir das wohl aufgeben können, was wir jetzt wieder getan haben. Nämlich, wir haben uns wieder angemeldet um den direkten Klassenerhalt. Das waren meine Stichpunkte rund um den Sonntagabend. Gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren da lassen. Natürlich auch gerne das kostenlose Like und kostenloses Abo da lassen, falls ihr es noch nicht getan habt. Bedankt fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.